Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Part Nr. 11 von Halo Anniversary und der Gipfling, der Halo Master Chief Collection. Mein Name ist Ramon und der Daniel ist auch mit dabei, da wir uns am Kämpfen. Und er, verdammt. Okay, der erste ist weg und der zweite ist auch weg. Na super. Und ich bin tot, weil ich runtergefallen bin. Nein, da kommt noch mehr. Okay, dann nicht. Mussten eh hierher, oder? Wir hätten eigentlich gar nicht runtergemusst eben mit den Dinger. Die Geräusche von denen passen grad irgendwie super zur Musik gepasst. Ja. Hier geht's weiter, aber da ist noch einer. Ja, ich bin gerade im Kreis gegangen. Das ist super. Ich glaube, du hast gleich hierhin teleportiert. Ja, hoffe ich mal. Ja. Ah, weiter, weiter. Nein. Doch. Danke, 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 danke. Hätte schon angekommen? Okay. Dann schickst du ihn noch nicht mal hoch. Doch, ich hab gerade X gedrückt. Nein, ich hab ihn wieder runtergeschickt. Nein, er ist schneller als ich im Fallen. Oh, da war ne Kante. Oh, hallo. Wie geht's dir? Er steht da einfach. Ah, schon wieder derselbe Raum. Das gibt's doch nicht. Damals waren die nicht sehr kreativ. Ne, die dachten sich, ach, wir haben das Layout schon einmal wieder benutzen. Da sind wir aber im Kreis die ganze Zeit. Ja, ich auch. Hier ist ein Pfeil. Pfeil gefunden. Tuck, 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 tuck. Und wann teleport. Du. Hilfe. Wo geht's dann? Ja, jetzt sind wir unten. Hätten wir noch mit nem Bungie unterfliegen können. Mit nem Bungie? Bungie. Oh mein Gott. Ghost, 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 Ghost. Wo bist du lang? Oh fuck. Ich bin da hoch gegangen. Bist du hier hoch? Ja, da auf der Reise. Irgendwo da ist nämlich ein Hunter. Ähm. Ja, super. Steck fest. Krieg's nie wieder ein Fahrzeug. Wie ist? Ich hab doch den Hunter voll getroffen. Schon wieder. Ich komm da noch raus. Irgendwie. Irgendwann mal. Haha. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie wieder raus. Was? Was ist das denn? Nein, das ist ein Channel. Ach nein. Bloß nicht. Ganz schnell weg davon. Komm los. Du kannst es schaffen. Alter. Ich kann den Hunter nicht. Los Hunter. Dance with me. Oh. Hat nicht lange genug durchgehalten. Ja. Das ist geschafft. Verdammt. Ich werde überall beschossen. Von irgendwelchen. Ghosts. Ein Goblins. Äh. Das ist hier explodiert. Ich habe eine Schasse. Yes. Ich bin wieder draußen. Hey. Und jetzt stirbst. Ach. Ja. Hallo. Hi. Wie bist du denn? Hallo. Willst du endlich mal. Explodieren. Die beste Arm. Haha. Geht doch. Wo ist der andere? Ja. Oh. Oh. Du kannst endlich mal. Ich krieg den nicht. Ach. Da ist der. Wobei. Dabei. No. So. Äh. Da fliegt. Über uns. Noch einer. Super. Ich gehe hier hoch. Weil ich da Bock drauf hab. Ich glaube am anderen. Am Ende oben ist glaube ich sogar ein. Schädel? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Geh ich mal gucken. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich. Nein. Lasst mich bis hier leben. Zählt auf den anderen. Komm ich da hoch? Nein. 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 Hier ist gar nichts. Verdammt. Du hast mich belogen. Nein. Und jetzt fall ich auch noch runter. Äh. Na vorwärm. Ah. Ich dachte ich hätte die Logik des Spiels. mit Rutschen uns ausnutzen können. Um nicht zu sterben. Oh. Ich bin wieder da. Hä? Ist hier immer noch ein Panzer? Was müssen wir denn jetzt sagen? Ah ne der. Egal. Ich würde mal schwer sagen. Irgendwo hier. Oder? Oder mussten wir. Hm. Ich glaube wir müssen nämlich ganz hoch. Da oben ist nämlich eine Tür meine ich. Oben an dem ganzen Gang. Ach hier sind die Wege. Okay. Ah. Ah. Hello. Closed. Fliegt mal richtig. Wo ist es denn? Was? Was? Wie? Äh. Höh. Tot. Oh. Das Ding ist explodiert. Deswegen bin ich zu weit weg geflogen. Warte. Ich drehe das einfach wieder gerade und schieße. Wo ist denn der? Ach so da. Ah. Bäm. Einer ist kaputt. Der andere. Ich steck fest. Ich weiß nicht. Da. Wo ist der andere? Äh. Der fliegt hier bei mir. Ja. Das sehe ich. Autsch. Hat mich was angeschossen. Nein. Verdammt. Was machst du? Stirb. Es versteckt sich diese Elite da. So. Wie gesagt. Komm schon. Mein Schussbahn. 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 Wieso dreht sich das scheiß Ding um? So. Nein. 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 Oh. 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 Okay. Oh. Oh. sieht jetzt hier ein alter grafik aus ganz normal ich glaube da oben ist ein jäger der war kurz vor mir und dann dritte einfach so nicht ja wie oft will der noch explodieren ich bringe nicht runter das war so knapp zu hause klopf klopf wer macht denn dann sowas hierhin guter alte leiter ist ja aber nicht so bist du gerade etwa auf meinen kopf gesprungen gestorben ja warum tust du das warum ist hier nirgendwo aktive erge mich selbst oder wir nehmen diese diesen schalter ist immerhin man kommt ein schatten sehen an der tür ist das ein gut großer ja das ist ein großer du sollst nicht nachladen du solltest es nutzen die halten immer echt immer mehr aus ja das müsste das sein im kontrol raum die hat gar nicht gesagt wir sind da untertitel genau voll gemein die hat gar nicht gesagt wir sind da untertitel genau voll gemein sondern wir das ist nur einer nein nein sie meint ja sich selber auch noch sie denkt ja sie werden persönlichkeit achso wo ist der zweite master chief ist draußen geblieben ja der muss immer außer range der kamera bleibt aber komischerweise ganz am anfang hat man beide gesehen in der allerersten sequenz da kennst du das schild mit den hunden wir müssen draußen bleiben da war so ein zweiter player wir müssen draußen bleiben vor diesem raum ja wahrscheinlich aber stand der erste player wahrscheinlich bist du das so kann man auch so was der kotala alles ok war nie besser diese matheinformationen können sich gar nicht vorstellen so viel wissen so schnell kein fachlich was für eine waffe ist es denn wovon sprechen sie konzentration hey yo wie setzen wir hey yo gegen die allianz ein dieser ring ist kein knüppel wie barbar er ist was ganz anderes viel bedeutender die allianz hat weg dieser ring blutsweater die daten zu werden ja die blutsweater haben diesen ort geweiht anstelle die untertitel irgendwie ein bisschen auf diesen schwarzen rand zu machen ja um den besser lesbar zu machen nein wir parken den genau auf eine weiße figur wir parken den genau auf eine weiße figur lang da ich komme nicht mehr die allianz hat etwas gefeiert die allianz hat etwas gefeiert die allianz hat etwas gefeiert oder zwölf jetzt rein in diesem ring wo der kapitel wir müssen ihn aufhalten was sollen wir das waffenlager das er sucht ist nicht er darf auf keinen fall da rein jetzt merken wir das mit der flut dom 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 los los hey sie idiot nehmen sie mich mit ja echt jetzt wir sollen dich beschützen wir lassen ihn einfach mal da ja und gehen wir mal komplett mal anders hin 3 4 3 guilty spark ok hm guck mal du kriegst auch zuerst die achievements schweinerei voll gemein hör auf das spiel zu ecken tja tut mir leid ich kann nicht aufhören ich kann nicht aufhören ich kann einfach nicht guck mal voll die spoiler sequenz jetzt wissen wir dass wir gegner sind ja alte grafik man sieht nix nein grafik man sieht auch nix zu viel nebel aber wir haben unsere ultrapistel ja das ist gut äh das geht mir richtig ich glaub schon das springt hat gegner runter hä moment leichen opala ne moind was ist hier ne hier ist nix komm schon moind moind ok wir brauchen richtig ich glaube ja hier wird ein Baum stamm oder nicht sicher Ich seh den Baum. Ach, hier ist er. Okay, ich glaub, das war falsch. Awww. Awww. Oh, das bringt ganz unten wieder. Awww. Ich geh weiter den Baum. Lang. In die andere Richtung. Vielleicht ist hier was. Dieser Spitze. Oder hier auf dem... Aua. Können wir da hochgehen? Meinst du? Ne, glaub ich nicht. So, wo müssen wir hin? Ich sage... Das hat wir... Hier. Dein. Wasser. Altes Wasser, nicht sichtbar. Neues Wasser. Hm. Planlos. Planlos. Schon wieder. Doink, doink, doink. Wir laufen durch die Gegend. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo wir gelandet sind. Was kommt da? Das ist unser Schiff. Ja? Bist du sicher? Wir sind hier einfach abgestürzt. Ja, abgestürzt sind wir nicht. Wir sind normal gelandet, aber... Ja, eben. Oh, hell. Leben. Leben? Kein Leben? Okay, hier sind wir richtig. Okay, Halfpack ausgesammelt. Ja, super. Ich war da gerade und ich habe keins bekommen. Ich laufe irgendwo ins Nirgendwo. Bist du hier in den Nebel? Ja, ich sehe auch nur Nebel. So, besser? Ja. Gut. Wo ich vielleicht glaube ich gerade in dieselbe Richtung laufe wie du. Ja. Okay, ich mache wieder Nebel. Oh, hier war eine Wand. Habe ich gar nicht gesehen. Können wir hier hoch? Nein, können wir nicht. Wir sind hier durch. Planlos. Verdammt. Äh, wir haben einen Schädel gefunden. Oh. Habe ich den jetzt hier gefunden gehabt oder du? Ich glaube, du hast den gefunden. Cool. Was macht das? Äh, das sind halt... Cheats? Cheats oder auch etwas schwieriger machen. Werden wir mehr Punkte dafür. Ah. Man kann ja auch hier auf Punktzahl und so spielen. Ah, okay. Gottverdammt. Na gut. Dann sagen wir mal, machen wir hier ein Part Ende. Ja. Und sehen uns dann hier planlos im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.